Michael Hirte, geboren am 10. Oktober 1964 in Spremberg, ist ein berühmter deutscher Mundharmonikaspieler. Sein Leben erlebte keine stetigen Höhen und Tiefen wie der Klang der Mundharmonika, die er oft spielte, sondern viele Turbulenzen, Schmerzen und Herausforderungen. Einer der schmerzhaftesten Momente in Hirtes Leben war, als er seine Tränen nicht zurückhalten konnte, als er die Nachricht vom Tod seiner Ex-Frau hörte. Für ihn war es nicht nur der Verlust einer ihm nahestehenden Person, sondern auch der Verlust eines Teils seiner Erinnerung, eines Teils der Vergangenheit, die sein Leben geprägt hat. Michael Hirte ist vor allem für sein emotionales und tiefgründiges Mundharmonikaspiel bekannt, nachdem er 2008 die deutsche Show das Supertalent gewonnen hatte. Bevor er berühmt wurde, war sein Leben nicht einfach. Er hatte 1991 einen schweren Verkehrsunfall, der zu schweren Verletzungen und einer längerfristigen Arbeitsunfähigkeit führte. Dies brachte ihn in eine schwierige wirtschaftliche und psychologische Situation. Aber es war seine Liebe zur Musik und zur Mundharmonika, die ihn aus dem Abgrund der Verzweiflung rettete und ihm half, wieder Glauben und Hoffnung im Leben zu finden. Die Ehe von Michael Hirte mit seiner Ex-Frau war ein emotionales Kapitel in seinem Leben. Auch wenn sie nach der Trennung nicht mehr zusammen waren, war sie in seinem Herzen immer noch eine wichtige Person und hatte einen besonderen Platz. Die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner Ex-Frau machte ihn unfähig, seinen Schmerz zu unterdrücken. Erinnerungen an die Zeit, in der sie zusammengelebt hatten, kamen hoch und dieser Verlust traf seine Seele wie eine große Welle, sodass er seine Tränen nicht mehr unterdrücken konnte. Obwohl sie weit voneinander entfernt sind, sind Michael Hirtes Gefühle für seine Ex-Frau immer noch da. Er erzählte einmal, dass ihre Beziehung immer ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen sei, obwohl sie ihren eigenen Weg gewählt hätten. Ihr Tod verletzte nicht nur seine Gefühle, sondern ließ ihn auch tief über das Leben, die Liebe und die Zerbrechlichkeit des Lebens nachdenken. In diesem Moment erklangen die Klänge seiner Mundharmonika nicht mehr wie zuvor vor Freude, sondern waren erfüllt von traurigen, schweren Melodien. Der Tod seiner Ex-Frau hinterließ eine Lücke in Michael Hirtes Leben, aber aus diesem Schmerz heraus fand er einen Weg, seine Gefühle durch Musik auszudrücken. Musik ist für ihn zur Sprache geworden, um seine tiefen Gefühle und Dinge auszudrücken, die sich nicht in Worte fassen lassen. Er selbst verstand, dass das Leben eine Schnittstelle zwischen Glück und Leid ist und dass man aus Verlusten den Wert von Liebe und Erinnerungen besser verstehen kann. Michael Hirte hat in seinem Leben schwierige Zeiten erlebt, von einem Unfall über den Verlust der Arbeitsfähigkeit bis hin zu Herausforderungen in seinem Privatleben. Aber trotz alledem bewahrte er stets seine Liebe zur Musik und fand immer Wege, Schmerz und Verlust zu überwinden. Für ihn ist die Mundharmonika nicht nur ein Musikinstrument, sondern auch ein Begleiter, eine Möglichkeit, ein turbulentes Leben zu meistern. Als er vom Tod seiner Ex-Frau erfuhr, wurde die Mundharmonika erneut zu einem Hilfsmittel, um seinen Schmerz zu lindern, auch wenn sie den wahren Verlust nicht ersetzen konnte. Das Leben von Michael Hirte ist ein klarer Beweis dafür, dass Musik spirituelle Wunden heilen kann. Jedes Mal, wenn er Melodien von der Mundharmonika singt, können die Menschen die Freude, Traurigkeit, Hoffnung und das Bedauern in jedem Klang spüren. Und als er dieses Mal im Gedenken an seine Ex-Frau spielte, wurde seine Musik zu einem letzten Abschied, einer Hommage an die gemeinsame Zeit. Obwohl der Schmerz über den Verlust bestehen bleibt, versteht Michael Hirte, dass das Leben weitergeht. Er hat viele Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt, und auch dieses Mal wird er diesen Schmerz durch Musik überwinden, indem er weiterlebt und an die Zukunft glaubt. Der Tod seiner Ex-Frau erinnerte ihn an die Zerbrechlichkeit des Lebens und der Liebe, ermutigte ihn aber auch, die gegenwärtigen Momente und die geliebten Menschen, die an seiner Seite blieben, mehr zu schätzen. Bei den Auftritten nach der traurigen Nachricht konnte man deutlich eine Veränderung im Spielstil von Michael Hirte erkennen. Die Melodien werden tiefer, nachdenklicher, aber auch voller Emotionen und Aufrichtigkeit. Das Publikum hört nicht nur seiner Musik, sondern spürt auch das Herz eines erfahrenen Mannes, der viele Verluste durchgemacht hat, sich aber immer noch ein gütiges Herz und eine Liebe zum Leben bewahrt hat. Michael Hirte ist nicht nur ein talentierter Mundharmonikaspieler, sondern auch ein Mann mit einem sensiblen, emotionalen Herzen. Sein Leben hat uns viele Lektionen über Ausdauer, Mut und die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, gelehrt. Und obwohl der Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen dieses Mal unvermeidlich ist, wird er seine Reise fortsetzen und Erinnerungen, Liebe und Musik mitbringen, um den Schmerz zu lindern. Schließlich ist Musik für Michael Hirte nicht nur eine Karriere, sondern auch ein Leben, eine Möglichkeit für ihn, Höhen und Tiefen zu überwinden und Spuren in den Herzen des Publikums zu hinterlassen. Hinter dem